Warum bist du auf einmal so schlecht gelaunt? Ich weiß nicht. Ich will eine Unruhe. Ich will eine Angst. Angst? Wofür? Ich weiß nicht. Ich habe doch keinen Grund. Ich fürchte, dass du deine schlimmen Träume nicht zu ernst genommen hast. Wenn ich sterbe, wird das für den Wiener Hof eine angenehme Nachricht sein. Na, um diese Freude zu erleben, werden Sie aber lange warten müssen. Diese bosnische Luft hat uns die Flitterwochen wiedergebracht. Und wir tanzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017